Machen Sie sich Sorgen um die WM in Russland? Nein, da besteht kein Problem. Die Schweiz untersucht nun, wie sie die WM-Wahl gewinnen konnten. Machen Sie sich deswegen Sorgen? Es besteht kein Problem bezüglich der WM in Russland. Jetzt ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um ein neues Stadion vorzustellen. Kein Grund zur Sorge also. Und die Kriminalität? Es gibt keine Kriminalität, überhaupt keine. Es besteht kein Problem bezüglich der russischen Bewerbung. Ansonsten habe ich keinerlei Informationen. Die einzige Information, die ich habe, ist, dass es bezüglich der WM in Russland kein Problem gibt. Es geht jetzt für den russischen Fußballverband um den Bau von Stadien, den Flughafen, die WM. Es gibt keinerlei Probleme, keine Sorge. Das war's.